Hallo! Wie geht's euch beiden? Ich hab mich verlaufen. Brennen, Arschloch! Oh, warum hab ich jetzt nicht das Messer? Ah, perfekt. Hier ist noch ein PB und dann erstmal our collectible abgehakt, Leute. Ein scheiß PB und dann sind wir unter den 30 Minuten. Und das ist ein kranker Erfolg. Das ist harte Arbeit. Aber wir geben nicht auf. Für jede Sekunde kämpfen wir, egal wie schwer der Weg wird. Wir geben nicht auf. Unter 30 Minuten. Let's fucking go! Oh, ich lebe noch. Das Ding ist, ich hasse... Hast du grad was anderes gesagt als sonst? Oder hab ich mich so doll gezwinkert, dass ich's nicht gehört hab? Was hast du davon?! Ich bin richtig zusammengezuckt! Bro! Unfair! Ich bin wieder wach! Ich bin mega golden undciosierig! Oh! Ja! D-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d. Er antwortete einfach nie und wurde nie wieder gesehen. Das war Nadrig 21. Er hat mir nadelieb. Er hat zwar gerade den Chat geschrieben, aber... verschwann. Schnell rein! Der steht ja einfach vor mir! Oh mein Gott, ich muss... Ich hab gedacht, das ist immer ein Mitspieler. Ich kann das nicht mit dem Molly sagen, das ist so schlimm. Ja, so ist schön. Diese Flasche, oh mein Gott, ich hab mich gewundert, was hier so feacht. Hört ihr das? Hört man das? Das ist ein ganz schriller Ton. Ich bin jetzt am Feuer sterben, geil. Wollen wir das als neues Emote nehmen? Als animiertes? Joki 03 Clap! Joki 03 Clap! Lecker! Waren sie auch nicht. Oh mein Gott, Doppelbombe! Ich bin jetzt wieder! Schon wieder! Wow! Alter, Riley! Du bist ja gescheiße, wirklich! Katu! Was ist das für ein Song? Weiter weiß ich nicht. Weiter weiß ich nicht.